Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici Wie beeinflussen die Sternen und Sternbilder unserer Finanzen heute am 21. August 2017? Heute ist Neumund und in ein Neumund sollten wir zurückhaltend sein. In ein Neumund sollten wir nach innen schauen und wir sollen verspüren, die inneren Erfolg, auch verinnerlichen, die finanzielle Erfolg. Das bedeutet noch nicht handeln, keine Gespräche führen, eher schweigen und abwarten, etwas vorbereiten, etwas planen, etwas noch vergleichen. Und erst dann, wenn die zunehmende Mondphase beginnt, dann erst handeln, weil das bringt auch Gewinn. Natürlich gibt es immer wieder mal Hindernisse, aber das erkläre ich in meiner täglichen Finanzenergie. Was den heutigen Tag betrifft, zurückhaltend sein, die finanzielle Erfolg verinnerlichen, etwas vorbereiten, planen und erst in die kommenden Tagen handeln, weil das bringt Gewinn. Wenn jemand Interesse hat, ihre finanzielle Situation verbessern, dann kann ich berechnen, die richtigen Augenblicke, die richtigen Handlungsweise und auch die Hindernisse, auch im Bereich Finanzen. Unten befindet sich mein Kontaktdaten und ich freue mich, euch in diesem Weg begleiten. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.